Gut angekommen fürs Erste. Gut angekommen. Si, si, buono viaggio e arrivato perfetto. Vielleicht wird's ja noch was zum Klirren, es ist aber niemand unterwegs. Erste Fahrt zum Landeplatz. Kann das Abendreuer werden? Ja, wir wissen nämlich noch nicht ganz genau, wie wir hinkommen. Vielleicht ist das sogar die falsche Straße jetzt. Jetzt haben wir ihn gefunden. Ein Landeplatz. So schwer war der nicht zu finden. Jetzt geht's schon langsam los. Wolfgang, jetzt schauen wir, ob das heute unsere einzige Aufstiegsmöglichkeit ist, dass wir Höhe gewinnen. Oder allzu viel Höhe dürfen wir nicht können. Oben hat's dann 40. Uh! So langsam los. Sind wir richtig? Ja, sind wir richtig. Nächste Sektion zum Gipfel. Da hin und da und das sind wir. Okay. Boah. Ja, wie gut. Du hast ja. Das war's. 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 Das war's.